Modelltest 15 Teil 1 Sie hören nun fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie zehn Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Herzlich willkommen bei der Firma Günthard. Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Diese sind montags bis donnerstags von 9 bis 20 Uhr, freitags von 9 bis 19 Uhr. Sie haben jedoch die Möglichkeit, nach dem Signalton Ihren Namen und Ihre Telefonnummer zu hinterlassen. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.günthard.de. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Herzlich willkommen bei der Firma Günthard. Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Diese sind montags bis donnerstags von 9 bis 20 Uhr, freitags von 9 bis 19 Uhr. Sie haben jedoch die Möglichkeit, nach dem Signalton Ihren Namen und Ihre Telefonnummer zu hinterlassen. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.günthard.de. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie zehn Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Zum Abschluss unseres wöchentlichen Reisekuriers möchten wir Ihnen noch einen wichtigen Hinweis geben. Wie vom Innenministerium beschlossen, benötigen ab 15. Juni Buben und Mädchen in Österreich schon ab der Geburt bei Auslandsreisen einen eigenen Reisepass. Es handelt sich dabei um eine Maßnahme gegen den weltweiten Kinderschmuggel. Der Ansturm auf die Passämter hat bereits eingesetzt. Doch werden noch rund 1,2 Millionen Kinder einen eigenen Pass benötigen, wenn sie heuer im Sommerurlaub ins Ausland reisen wollen. Wer keinen Pass hat, wird am Flughafen zurückgewiesen und darf nicht an Bord der Maschine. Für Babys bis zwei Jahre ist das Dokument gratis. Von zwei bis zwölf Jahre sind 30 Euro fällig. Für ältere Kinder sind 75,90 Euro zu zahlen. Sollten Sie also eine Reise ins Ausland planen, kümmern Sie sich rechtzeitig um Beantragung des Reisepasses für Ihren Nachwuchs. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Zum Abschluss unseres wöchentlichen Reisekuriers möchten wir Ihnen noch einen wichtigen Hinweis geben. Wie vom Innenministerium beschlossen, benötigen ab 15. Juni Buben und Mädchen in Österreich schon ab der Geburt bei Auslandsreisen einen eigenen Reisepass. Es handelt sich dabei um eine Maßnahme gegen den weltweiten Kinderschmuggel. Der Ansturm auf die Passämter hat bereits eingesetzt, doch werden noch rund 1,2 Millionen Kinder einen eigenen Pass benötigen, wenn sie heuer im Sommerurlaub ins Ausland reisen wollen. Wer keinen Pass hat, wird am Flughafen zurückgewiesen und darf nicht an Bord der Maschine. Für Babys bis zwei Jahre ist das Dokument gratis. Von zwei bis zwölf Jahre sind 30 Euro fällig. Für ältere Kinder sind 75,90 Euro zu zahlen. Sollten Sie also eine Reise ins Ausland planen, kümmern Sie sich rechtzeitig um Beantragung des Reisepasses für Ihren Nachwuchs. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit der Hotline des Handelsblatts verbunden. Wenn Sie eine Anzeige aufgeben wollen, wählen Sie die 1. Anzeigen Schluss jeden Freitag 15 Uhr. Wenn Sie sich über das Angebot unseres Online-Sprachkurses informieren wollen, wählen Sie die 2. Das Angebot gilt nur bis zum letzten des Monats. Wollen Sie mit dem Sekretariat verbunden werden, wählen Sie die 3 oder warten Sie bitte. Sichern Sie sich jetzt Ihre Karriere am Arbeitsplatz. Wir bieten Ihnen den Online-Sprachkurs Webpass Business English, die flexible Alternative zum Privatunterricht, für 3 Monate und zum Preis von nur 99 Euro. Bestellung unter www.handelsblatt-shop.com oder telefonisch unter 800 3 mal die 0 2 0 5 6. Ich wiederhole. www.handelsblatt-shop.com Sie hören jetzt den Text noch einmal. Wenn Sie mit dem Sekretariat verbunden werden, wählen Sie die 3 oder warten Sie bitte. Sichern Sie sich jetzt Ihre Karriere am Arbeitsplatz. Wir bieten Ihnen den Online-Sprachkurs Webpass Business English, die flexible Alternative zum Privatunterricht, für 3 Monate und zum Preis von nur 99 Euro. Bestellung unter www.handelsblatt-shop.com oder telefonisch unter 800 3 mal die 0 2 0 5 6. Ich wiederhole. www.handelsblatt-shop.com Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hören Sie jetzt das Wetter in Berlin für morgen, Donnerstag, 20. Juni, sowie die Wetterprognose für das kommende Wochenende. Morgen gibt es einen Wechsel von Sonnenschein und Wolken, aber ohne Regenfälle. Im Tagesverlauf erreichen die Temperaturen Werte von 8 bis 18 Grad. Der west-nordwestliche Wind weht schwach bis mäßig. Am Freitag scheint häufig die Sonne und es bleibt überall trocken. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf Werte bis 24 Grad. Mäßiger Wind kommt aus süd-südöstlicher Richtung. Am Samstag bestimmen Gewitter und Regen das Himmelsbild. Hin und wieder kann aber auch die Sonne zum Vorschein kommen. Die Temperaturen erreichen bis zum Nachmittag Höchstwerte um 29 Grad. In der Nacht sinken sie auf Werte um 13 Grad. Am Sonntag bleibt es überall trocken. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hören Sie jetzt das Wetter in Berlin für morgen, Donnerstag, 20. Juni, sowie die Wetterprognose für das kommende Wochenende. Morgen gibt es einen Wechsel von Sonnenschein und Wolken, aber ohne Regenfälle. Im Tagesverlauf erreichen die Temperaturen Werte von 8 bis 18 Grad. Der west-nordwestliche Wind weht schwach bis mäßig. Am Freitag scheint häufig die Sonne und es bleibt überall trocken. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf Werte bis 24 Grad. Mäßiger Wind kommt aus süd-südöstlicher Richtung. Am Samstag bestimmen Gewitter und Regen das Himmelsbild. Hin und wieder kann aber auch die Sonne zum Vorschein kommen. Die Temperaturen erreichen bis zum Nachmittag Höchstwerte um 29 Grad. In der Nacht sinken sie auf Werte um 13 Grad. Am Sonntag bleibt es überall trocken. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Nun möchten wir den technisch Interessierten unter Ihnen eine Veranstaltung empfehlen. Noch sind die meisten Roboter in der Industrie zu finden. Doch sie breiten sich zügig aus. Man findet sie im Krankenhaus, zu Hause, in der Küche und im Kinderzimmer, sagt Michael Brady. Wo die Entwicklung hingeht, wie sich die Robotik entwickelt, darüber spricht der britische Onkologe und Informatiker am 14. Dezember um 17 Uhr bei der Queens Lecture im Audimax der TU Berlin. In englischer Sprache. Eintritt frei. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Nun möchten wir den technisch Interessierten unter Ihnen eine Veranstaltung empfehlen. Noch sind die meisten Roboter in der Industrie zu finden. Doch sie breiten sich zügig aus. Man findet sie im Krankenhaus, zu Hause, in der Küche und im Kinderzimmer, sagt Michael Brady. Wo die Entwicklung hingeht, wie sich die Robotik entwickelt, darüber spricht der britische Onkologe und Informatiker am 14. Dezember um 17 Uhr bei der Queens Lecture im Audimax der TU Berlin. In englischer Sprache. Eintritt frei. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Dennis, Claudia am Apparat. Ich hoffe, es geht dir gut. Bei mir ist alles in Ordnung. Ich rufe dich wegen unserer Verabredung am Sonntag an. Wir wollten doch zusammen in den Zoo gehen. Weil du dich ja in der Stadt noch nicht so gut auskennst, beschreibe ich dir kurz, wie du da am besten hinkommst. Also. Du steigst am U-Bahnhof Afrikanische Straße in die U6 und fährst in Richtung Alt-Mariendorf bis zur Friedrichstraße. Wenn ich mich nicht täusche, sind das sieben Stationen. Dann steigst du entweder in die U9 um oder du nimmst die S-Bahn in Richtung Spandau. So oder so. Du fährst bis zur Station Zoologischer Garten. Rechne, dass du für die Fahrt so etwa 35 Minuten brauchst. Wenn du aus dem Bahnhof rauskommst, siehst du direkt gegenüber den Eingang zum Zoo. Da erwarte ich dich gegen 10 Uhr. Ruf mich zurück, wenn du noch etwas fragen möchtest. Ich bin den ganzen Abend zu Hause. Mach's gut. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Dennis, Claudia am Apparat. Ich hoffe, es geht dir gut. Bei mir ist alles in Ordnung. Ich rufe dich wegen unserer Verabredung am Sonntag an. Wir wollten doch zusammen in den Zoo gehen. Weil du dich ja in der Stadt noch nicht so gut auskennst, beschreibe ich dir kurz, wie du da am besten hinkommst. Also, du steigst am U-Bahnhof Afrikanische Straße in die U6 und fährst in Richtung Alt-Mariendorf bis zur Friedrichstraße. Wenn ich mich nicht täusche, sind das sieben Stationen. Dann steigst du entweder in die U9 um oder du nimmst die S-Bahn in Richtung Spandau. So oder so, du fährst bis zur Station Zoologischer Garten. Rechne, dass du für die Fahrt so etwa 35 Minuten brauchst. Wenn du aus dem Bahnhof rauskommst, siehst du direkt gegenüber den Eingang zum Zoo. Da erwarte ich dich gegen 10 Uhr. Ruf mich zurück, wenn du noch etwas fragen möchtest. Ich bin den ganzen Abend zu Hause. Mach's gut. Fahrstuhl Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.